Ich bin eigentlich ursprünglich Fachfrau Operationstechnik und habe schon mehrjährige Berufserfahrung. Und das Lux hat mir jetzt die Möglichkeit geboten, mich in einem ganz anderen Bereich weiterzuentwickeln, im administrativen Bereich, in der zentralen OP-Planung und Patientendisposition. Und da kann ich mein Wissen vom Operationssaal natürlich sehr gut brauchen. Vielen Dank.